Du hast gewispert, oder? Weil ich hab's nicht gehört. Nerv. Wir sind doch gerade in der Aufnahme. Jetzt hast du gerade mich angewispert. Wollen wir's können? Ja, weil ich euch beide nur in einer Gruppe habe. Ich hab hier nicht einzeln. Achso. Fahr, komm. Nope. Ja, aber das ist ein bisschen schwierig. Ich spiele ja auch. Dann spielst du auch mit MW2 weiter. Weißt du, mit der zweiten, mit der anderen Hand. Du hast so alle fünf Sekunden, gar nicht, nicht mal alle fünf Sekunden, sondern so alle 50 Millisekunden ändert sich deine Maus. Ich höre gerade niemanden, weil Simon wispert zu mir und Alex redet und das ist ziemlich verwirrend. Ja, schade. Mein Platz. Kann mal jemand spotten. Na na. Kann mal jemand spotten. Ich hab jetzt meine Position gefunden. Camper. Ja, du nicht, oder was? Nein. Du bist ja noch schlimmer, vor allen Dingen, weil du noch nicht mal richtig im Busch drin stehst. Halb. A20 und ein T-34. T-34. A20. Der ging voll durch ihre Panzerung. Treffer versenkt, mein Freund. Der auch. Ich hab ein A20 blind gekillt. 93 Treffer und, äh, weg. Äh. Hit-40 Treffer. Guck mal, der T-349 hinter mir ist noch voll schlecht. Achtung. Der hat mal den falschen Turm drauf. Was denn? Guck mal auf die Map. An der Base hinten bei uns? Ja. Aber ist gerade nicht mein Problem. Junge. Triff. Der ging nicht durch. Der ging nicht durch. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Alter, stirb einfach. Achtung, ein bisschen auf die Base. Mach ich. Wir haben vor uns noch was, ne? Matilda, wo steht die denn? Achtung, die Base hinten. Bin ich gerade dabei, der Herr. Alles gut. Aber ich drück mal nicht FF5. B-Y. Ja, nix WF4. Wegen da. Weil wegen Artie gleich Matsch. Der ist aus meinem Spottingradius, äh, auf meinem Weizenfreit. Der ist behindert. Aus meinem Radius raus. Da ist er wieder. Scheiße, bergauf gefahren. Churchill. Scheiße, ich komm nicht dran. Scheiße, wo ist der? T82, rechts. Oh, verdammt. Churchill holen. Ja, los, up in the Base. Gecathed und damaged. Gut. Ich denke, ihr kommt damit alleine klar, oder? Ich komm nicht durch. Ja, wir kommen alleine klar. Zumindest mit dem Churchill. Fall durch ihre Panzerung. Wenn sie die Leute dann treffen würden. Weg. Gut. Jeder von uns muss noch einen Kill machen. Kümmer. Dings. Ich werd beschossen. Von Pizze, äh, PZ3. Und von der Artie irgendwie, keine Ahnung. Und von allen Seiten. Alter. Basti, ich brauch Hilfe. Nein, jetzt bin ich an der Base. Ich brauch dringend Hilfe. Kann ich den F7 raushauen? Da. Scheiße, das war's. Warum? Ich bin Matsch. Na und? Guck mal, wo ich bin. Dann guck mal an der Base bei uns. Guck mal hier. Ja, schaffst du nicht. Doch, schaffst du. Ich weiß nicht wie, aber hinter dir kommt eine Mathilda. Wie es bindet. Guckst du dir doch an. Der andere 10, 41 kämpft mit der Dingsens. Lass dich bloß nicht treffen. Warte mal, Valentine. Lass dich nicht treffen. Lass dich auf keinen Fall treffen. Dann fahr nicht raus. Ach, ich guck mich. Mathilda von hinten. Beweg dich. Scheiße. Hol dir die Mathilda. Was steht denn da noch? Ah, der PZ. Kann der nicht mal mit reinfahren? Valentine AT von hinten. Schreib. Er kommt. Ja, aber er ist hinter dir. Das war, ach mein Gott. Das war unnötig. Sehr schön. Eigene Basis. Ja. Meine Güte. Eigentlich hätte ich die nochmal abschießen. Naja. Und dann hängen wir die zweite Folge gleich hinten dran. Oh, was hab ich denn da bekommen? Ne, Erobera. Ich hab die ganze Zeit nur eine Folge an, ne? Was ist? Ich hab die ganze Zeit nur eine Folge an. Äh, einen Track an. Was hören wir uns jetzt? Äh, was spielen wir jetzt? Für Panzer? Äh, ein Sechster. Oder, ja, komm. Jetzt ist es nicht schlecht. Nice. Was sagt die WinRail? Äh, 59. Alles gut. Ich höre gerade ein Lied. Ich auch. Du hast bestimmt das eine Lied. Welches? Das, was du die ganze Zeit gesummt hast vorhin. Nein, nein, nein. Und wovon ich die gecuttete Version hab. Das, was du die für die ganze Zeit gesummt hast. Äh, ähh. Ih, 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 geht. Äh, äh, äh. Ja, meine Güte, das sind ein paar Lieder, die einfach gerade ein bisschen lustig sind. Ne, ne, ich war gerade auf Facebook. Achso, schick. Mach mal gleich. Hallo, hinten rumfahren bitte noch welche. das kann ich dir jetzt schon sagen Ist das ein Lied von einem Mann, der so aussieht als wäre eine Frau? Ein Video? Kade obwohl doch könnte es sein Ne Sieht das Thumbnail etwas anschlüssig aus Minimal Nein Musste sein Manage du das hier, ich muss nur kurz Raum öffnen Loll, ich hab mich festgefahren Ja, schön blöd Und überhaupt durch? So, ja, sehr schön Dieser Inhalt ist derzeit nicht verfügbar Ja Bei mir ist er noch da, das ist schon schlimm genug Ist das ein Video oder ein Bild? Ist ein Bild Screenshot Ja, mach ich gleich Das lohnt sich aber nicht, das ist zu hässlich Nein, ich will sehen Ist inzwischen Speicher Ist da hinten keiner an der Brücke? Ja, ich bin an der Brücke Ist da hinten keiner an der Brücke, hab ich gefragt Naja, er steht da vorne ja und dann ist gut Doch, da ist einer Hm, hab ich sehen Mui Nein Ob kriegst du eigentlich, wenn er auf dich, weißt du, du wirst gleich, du wolltest, solltest grad gegrillt werden? Und ich krieg Damage Flash Damage Papierst du dich doch mal bitte? Nein Du Arschloch Siehst du? Das war ich Wieso? Du hast mich da Du hast grad auch eben im Weg Ja und? Uh, ich werd gegrillt Ja, das ist recht Der zieht nicht mehr Der zieht nicht mehr, Mama Der hat dumm gelaufen Los, fahr vor Nein Dann werd ich gegrillt, also egal Oh Das war mein Hintern Ja, ich weiß Alter, lass es Habe ich deine Kette beschädigt? Lass es Das war ich nicht Du hast dreimal drauf geschossen Nein, einmal, einmal, ein einziges Mal Warum kam denn die Schüssel mal von hinten? Ich war das ein einziges Mal Dann mach ich mal ganz kurz den Painter Scene fertig Den Screenshot fertig Ja, Paint Ich brauch ein bisschen Speed hier Und eine ab über die Brücke Ich brauch da mindestens 50 Kamara über die Brücke 40 50 Ich bin Tod Nee, noch nicht, Hans 60 Sehr gut, ich bin über die Brücke Ich hab's überlebt über die Brücke Ja? Yep Tatsache Tatsache Dafür wirst du da vorne gleich verrecken wie sonst was Sei immer nicht so pessimistisch Verrecken Jetzt verrecken Schönen guten Tag Schön sie zu sehen Einfach mal ganz dreist Der hat mich nicht gesehen Du musst aber durch den Cap-Kreis durchfahren Oder du fährst außen rum, das geht auch Haha Alles klar Der KV1 kommt im Übrigen glaub ich zu dir gerade Nee gar nicht, der ebt nicht mehr auf dich Wir haben nur noch ne Arti und dich, das weißt du schon, ne? Ich bin am Arsch Nimm mal Kleinen Moment Ja Aber bitte leise Hast du die weggemacht? Den KV1 Und die Arti? Ist runtergefahren oder was? Fuck, da ist ein Comet Und ein Tiger Und ein D-Max Das war überhaupt nicht fies Nö Aber ich hab den KV1 weggemacht So Ich hab bei dir doch gar nichts gemacht Also sag mal still Oh, die Runde davor So, fertig? Sind wir mit der Folge jetzt fertig? Nee, eine Runde müssen wir noch Eine Runde noch? Aber ne ganz schnelle Runde So, äh, hast du das Bild schon abgeloadet? Nee Warum ist diese Website nicht verfügbar? Ich will das jetzt angucken, das Bild Das lohnt sich nicht, ey Ist es anzüglich? Minimal Okay, dann würd ich sehen Warte, ich lass kurz lieber mein Admin-Channel hoch Da kann nämlich kein anderer rein Ich lösche das dann auch gleich wieder Oh, da liegt noch ein anderes Unbenannt.pmg drin Egal, überschreibe ich jetzt Bilder Verschicken Unbenannt.pmg Überschreiben Legen wir los File Transfer completed Mama, so Jetzt bist du drin Jetzt ist es online Unter unbenannt.pmg Wo sind wir hier eigentlich? Ah, hier Okay, gut Boah, ich glaub Bärstig Das lohnt sich ja noch nicht mal Ja eben Ach gesagt Das ist eklig Das ist eklig Okay, auch noch eine Nachricht Alex, was machst du denn da auf meinem Camping-Point? Hörst du einer? Nein, alles in Ordnung Das ist alles in Ordnung Ich wundere mich nur gerade Wo du bist Am Wursten Nö, mich hat nur gerade die Position an sich gewundert Ich sterbe eh gleich also Warum? Ich helfe dir doch jetzt Wenn ich den nicht treffen würde Picken Ja, war richtig Ich wollte den gerade abschießen Hoffentlich werde ich jetzt nicht Die haben gar keine Art hier, okay Ich werde aber anderweitig beschossen also Warte, überhaupt nicht ich oder so Echt? Ja Von wo stehst du? Ach von da oben Hab dich eben nicht gesehen deswegen Ja, ist doch in Ordnung Man bräuchte hier noch einen Schalldämpfer drauf Aber hier kommt keiner, ne? Ja Bloß hier oben kann man ganz gut die linke Flanke Wenn dieses eine Diesen einen Durchweg kann man hierdurch ganz gut absichern Ich will mitmachen Fahr doch nicht immer weg Na dann fahren wir jetzt halt durch Jetzt ist mir doch wohl Ohohohohohoh Leopard das war mein Funker der Leo hat unseren Pitzel der ailt auch grad ein bisschen auf mich ui E25 E25 äh E25 E75 ist ja Nummer ich hab keine Ahnung wo so gut das war's dann auch für heute bis zum nächsten Mal ciao